Hallo und herzlich willkommen zum dritten Part meines Let's Plays von Hyrule Warriors. Im letzten Part haben wir die zweite Schlacht gewonnen. Nämlich hier beim Vulkan Eldin haben wir den Shikar-Krieger abgeschlossen. Das Ganze mit Impa diesmal, weil die ja auch spielbar ist. Und jetzt geht es hier weiter mit der dritten Schlacht im Wald von Firone. Die Zauberin der Wälder. Ja, verfügbarer Kämpfer Link, Sheik, neu dazugekommen und halt auch Impa. Und es ist aber empfohlen, dass ich mit Link kämpfe, weil wir haben für ihn den Feuerstab als neue Waffe erhalten. Und deswegen, den würde ich auch sehr gerne mal rausprobieren. So, also Kämpfer wählen Link. Und, äh, Zauberstab als Waffe. Ja, der Feuerstab hat eine Angriffskraft von 80 und heute das Element Feuer. Link und seine Angriffskraft von den Elden Caves. Link und seine Angriffskraft wurden von den Elden Caves von einem mysteriöser Mann, Sheik. Joined by ihren neuen Angriffskraft, Impa's troops exigte die Caves und in Faron Woods. There, they found a hidden village, overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. So, die Zauberin der Wälder, Zeitlimit wieder aus 60 Minuten. Alles klar. Na dann, let's go! So, die alleinischen Truppen, das sind wir und... Au, wer ist das denn hier? Lana! Ja, das ist ein ganz neuer Charakter für dieses Spiel, aber die werden wir sicher noch treffen. So, Schlacht beginnen. Du, führst du dich das oder hat einen Arm? Hm? Ja! Du verwendest Magie, wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an die jene, die all diese ungeheuer befehligt, Sheer. Dann sag mir... Was will ich sich hier in Hyrule? Hm... Mal sehen... Helft uns! Dann verrate ich es euch! So, aha, Items wechseln. Hast du mehr als ein Item, kannst du zwischen ihnen wechseln, indem du das Stalkrat nach links oder rechts drückst, oder indem du den Taschen des Viewgamepads berührst. Alles klar. So, schlagt die Sölandischen Ratten in die Flucht. So, jetzt kämpfen wir halt hier mit dem Feuerstab. Ja, dieser Magie ist der Kopf unserer Feinde. Wenn wir ihn beseitigen, sollte der greifbar sein. Alter, was kann man mit dem Ding alles machen? Man kann nicht sogar schießen. Das ist schon wieder er. Er will uns wohl auf diese Weise zumüben. So, kommt her, ihr blöden Boch-Blinds. Jetzt sind das die aus Twilight Princess. Ja, ich bereite euch ein Jammern ein Ende. Ich habe dich schon mal besiegt, das werde ich wieder zugeben. So, die Dekoraners wurden auf dem Schlagfeldgesicht. Aber die gibt es hier auch. Okay, da vorne. Diese Pflanze ist jetzt hier verspulen Gift. Erstmal schnippst du hier. Dekoraners, wenn wir sie nicht besiegen, dann sind wir hier ein Gift ausgeliefert. Wow. Nicht so gut. Ja, dann sollten wir nicht unter dich herumstehen. Die Siege, die Dekoraners. Irgendwie komme ich an das Vieh gar nicht ran. Warum? Im Nahkopf können wir gegen diese Giftpflanze nichts ausrichten. Ach, ist klar. Dann müssen wir das Gefährle des Versuchs machen. Ist klar. So, und wie mache ich das jetzt? Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Bogen am Südrand der Siedlung. Was soll das denn nun? Ach, ein Bogen. Okay. Ich finde den Bogen im Gebiet des Dorfes. Okay. Werde ich tun. Das Dorf ist ja super. Das kann ja jetzt überall sein. So, haut immer ab hier. Oh, da finde ich mal einen geilen Spezialangriff. Mit dem Feuerstab. So. Das sieht einfach wirklich besser aus, wenn man die Lebensenergie der Feinde nicht anzeigen lässt. Also ich habe da leider in dem ersten und zweiten Butter das leider vergessen abzuschalten. Ich dachte, ich hätte es. Aber dann wurde ich mich, glaube ich, der Einstellung nicht übernommen. Also nochmal sorry dafür. So, geht doch mal nach der Stern. Wenn wir erstmal den Südplatz von diesen Trotteln reinigen. So, hast du die Bogen noch nicht gefunden? Nö. Ich sehe den ja auch gar nicht. Soll der sein? Doch, keine Ahnung. Ah, ich weiß, der Bogen war am großen Baum in Südwesten des Zielungs. Aha. Das hätten wir auch vorher sagen können. So, festens kommt man an der Gesicht. Die sind in den Bogen in den Südwest-Bombs. Aber erstmal stirbt der Fettsack hier. So, wir müssen ein paar Bomben haben. Hier, Fries. Yeah. Und sagt Tschüss. Ja, Stufe. Den linkerten Südplatz erobert. Oh yeah. Sehr schön. So, Materiale halten. Sehr schön. Okay, ah, da hinten ist das. Da, wo das X ist. Alles klar. Äh, verdammt. Da komme ich nicht vorbei. Fies. Lauflink. Wir müssen irgendwie von woanders dahin kommen. Vielleicht von hier. So, hier hinten. Äh, ist ja gar nichts. Ist nichts. Was soll das? Achso, da. Na, gesuchen, gefunden. Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weiterentführende Gegner angreifen. Kleinere Gegner werden durchschlagen. Die Giftpflanzen lassen sich mit dem Bogen bekämpfen. Äh, jetzt muss ich ja irgendwie die Waffe wechseln können, ne? Besiege die Gegner an uns mit dem Bogen. Äh, mein Logischer wäre zwar irgendwie trotzend der Feuerstaub, aber naja. Achso, ZR ist jetzt hier der Bogen. Okay. So, anvisieren und zack. Ja, die Gwana wurde besiegt. Noch vier übrig. Aber ein Pfeil reicht schon aus, um die zu killen, ne? Dann schlecht so stirbt. Ja, geschafft. Ist erledigt. Jetzt sollten wir uns in die Hand kümmern, ne? Ich bin ja schon dabei. Bin schon dabei. Die Gwana wurde besiegt. Noch drei übrig. So, da vorne ist noch irgendwo einer. So, hier. So, hier. Zwei übrig, da oben. Und take this. So, noch einer übrig. Und der ist jetzt irgendwo da hinten. So, da. Ich komme. So, stirb, du Sao. Ha, die Gwana wurden alle besiegt. Yeah. Nicht so erfolgreich. Na, das war ja jetzt schwer. Damit sollte die Gefahr durch das Gift gebahnt sein. Vielen Dank. Habe ich doch gern gemacht. Ey, das sieht so cool aus, diese Lana. Uh, der Südbaum und der Westbaum sind offen. Okay. So, vorpassen noch. Na ja, hier. Ich tut uns in Richtung Dekobaum zurück. Na ja, die Soldaten sind Mitte vom Kampf. Ziehen wir uns erstmal in den Dekobaum zurück. Nein, jetzt machen wir hier erstmal... Oh mein Gott, ein Zombie. Gib doch. Uh, der Westbaum ist so... Boah, er hat mich versteinert. Wie fies. Was willst du büßen? So, komm her. Alter, voll zerbörend. So, unterstützer Lana beim Rückzug zum Dekobaum. Ja, Moment mal. Alles zu seiner Zeit. So, Magie ist auch voll. Und Stufe, Hötling, hat den Gypto besiegt. So, let's take this. Alter, wie geil. Lass uns Meteoriten regeln. Und trinken ab den Westbaum, eroberst. Super. So, noch ein bisschen... Ja, genau. Space auch aufgefüllt. Nicht übel. Ich werde mich bemüht zu halten. Ja, das würde ich dir auch raten. So, Lana hat den Dekobaum erreicht. Ach, der ist ja da in der Mitte irgendwo, okay. Sie verwerkertieren sich. Dann umziehen diesen Baum. Vernichtet sie. Ich kann sie mal voll vergessen. So, nochmal. Special Attack. Die gibt es wirklich in Richtung Dekobaum vor. Na und? Werden wir alle wegbrutzeln. Ja, was sollen wir nur tun, der Feind, maschiert auf den Dekobaum zu. Ja, wir müssen den Dekobaum verteidigen. Kostet, was das wolle. So, ah, Power-up für den Bogen. Neue Mission. Gipto-Truppen betrogen in den Baum. Den Dekobaum besiege es her. So, jetzt sollten wir die Ferne abfangen, die vom Süden herkommen. Lana rückgegen die Giptos vor. Ja, ich helfe der jungen Frau. Ja, danke, Schick. So, ah, hier ist er leider zu. Schickflickflickflick, die gibt es vor. So, ich bin gerade da. Herr Achtung, er fängt jetzt nicht mit der Dekobaum vom Norden aus. Zack. Stimmt doch mal, du Schwabbelbacke. Vorsichtig, kriegt das Rücken aus dem Norden vor. Da vorne. So, verpisst euch doch alle mal. Flaming Attack. Yeah, alter, wie geil. Das ist ein riesiger Feuerwehr. 31 Kroos. Bin gespannt, ob bei 1000 Kroos wieder eine Goldeskultur hier irgendwo auftauchen geht. Aber es war ja schon zweimal der Fall. Hau ab für den Bogen wieder. So. Okay, also wir können jetzt mehrere Pfeile scheinbar abschießen. Ja, können mehrere Gegner treffen. Sehr geil. Sehr geil. Alter, was war das denn gerade? Wie geil. Was man hier alles machen kann. Das Spiel ist cool. So, aber du, Blöder, Gipto bist nicht cool. Du bist hässlich. So, Stufe erhöht. Der Hero hat man hat den Gipto besiegt. Was? Das war doch ich. Ich brauch dringend Hilfe. So, ist der Gipto jetzt endlich mal tot? Ja, wow. So, besiegt mir das der Gipto. Da unten. Wie soll ich denn da hinkommen? Fühlst du Chaos schon? So, jetzt lasst mich jemand vorbei. Ich hab keine Zeit mehr für den Quatsch. Ich muss euch helfen. Ich werde auch euch helfen. Also wir tragen uns zurück. So, da. Und gleich mal. Special Attack. Flammenwirbel. So, das hat gesessen. Hat sich hier wehgetan. So, wie die Rubine auch. So. Ach, der ist ja doch so ein blöder Gipto. Friss Pfeile, du Penner. So, der Hero hat man nur von einem Gipto vertrieben. Wie fies. Jetzt stimmt doch mal. Ja, mehr geht nicht. Ah, der geht doch immer mehr. So. 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 Ah, die Mission erfolgreich auch. Wir haben es schon geschafft. Sehr schön. So, Dekoban wurde erfolgreich. Verteidigt. Oh, yes. Die sind eben die coolsten der coolen. Ein Glück. Das sollte Dekoban bei voller Zeit verschaffen. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Der Niestantriumph am Ende erwartet euch nichts als Verzweiflung. Ach, halt doch die Klappe, Pyroma. Das ist dir nichts zu melden. Pyroma hat den Dekoban in Brand gesetzt. Neun! Dieser Mistkerl. Wie kann er es wagen? Dort, Feuer! Oh, shit. Der Dekoban hat Hilfe. Wie können wir diese Flammen nur löschen? Äh, hat jemand einen Schlag dabei? Irgendwie Wasser oder so? Neue Mission. Lösche das Feuer, das den Dekoban bedroht. Ja, toll. Wie denn? Ja, kein Wasser zwischen deiner Ehe. Freu dich auf euer freiges Ende. Ich sah Drecksack. Ich den erwische. Also ich habe hier auch nur den Feuer gestoppt, aber das bringt ja gar nichts. Es wird einfach nicht so, dass das Dekoban verbrennt. Das können wir nur tun. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, ich kann dir auch eine große Fee füllen. Wenn sie uns hilft, könnten wir alle retten. Ach, hier gibt es auch eine große Fee. Und wo? Ah, finde die große Fee. So will die keine zu überall sein. Ach, da hinten, oder wie? Verfügt euch einem Schicksal. Ihr könnt dem nicht entkommen. So, der Ostbaum ist offen. So, dann werde ich vielleicht hier erstmal den Ostbaum hier machen. So, komm her, du Sack. Magie! Und, genau. Alter, das hat gesessen. So, der ist auch tot. Mächtige Magie nordwestlich von dir. Das könnte die große Fee sein. So, Suche in Nordost. Ne, da bin ich ja gerade. Die Truppen des Böses hat den Dekobomb betreten. Ach, nö. Ach, der Festungskommandant, der muss erstmal sterben. So. Komm her, du Schwabbelbacke. Steh auf! Ja, und tausend Skulptur wurde gesichtet. Sehr gut. Die kommt also immer bei tausend Chaos. Schätze ich, Marling hat den Ostbaum erobert. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Wie komme ich jetzt so ganz schnell zu der Gornis Skulptur? Die sind immer so weit weg. Das ist doch voll blöd. Ja, aber ich glaube, ich gestärke die Götter und dann haben sicher großes Verherbestimmt. Das kann ganz gut sein, ja. So, wo zur Hölle ist die goldene Skulptur? Oder die muss da jetzt irgendwo gleich kommen? Hoffentlich. Irgendwo hier. Moment. Ich will die einfach haben. Ich muss die finden. Diese Spinne. So. Da will sie jetzt irgendwo sein. Schnell in meinem Tempel. So, begib dich zur Quelle der Göttin. Moment, wo ist die goldene Skulptur? Wo ist die denn? Irgendwo hier, hä? Ach, wir sind hinter dem Felsen da. Warte mal. Wie? Shit, wie mache ich jetzt nochmal, dass ich die Minus? Ne, ähm, ZR? ZL? Feuer, Feuer. Ja, verdammt. Wie wechsle ich die Waffen? Achso, so. Oh, okay, ähm, Bomben. Da ist sie. So, getötet. Der Digger muss doch das vorhin gefahren, muss helfen und ich habe dein Bildfragment bekommen. So. Okay, jetzt. Aha, okay, gut, jetzt will irgendwie die Mapbude. Warum ist die jetzt so komisch gesumt? Ich doch gerade gar nicht mehr. Das brauche ich nicht. Verbündete Truppe, haben den Gipfel besiegt. So, verreckt alle. Ja, sehr gut. Der Vorpostenopfer ist nicht mehr. Warum ist die Karte jetzt so komisch gesumt? Ich will die wieder normal haben. Wie mache ich das? Ah, okay, gut. Irgendwie mit dem, mit dem Steuerkreuz. Mit dem Steuerkreuz. So, komm her, du Sau. Und ich habe den Gipfel besiegt. So, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich ganz... Ach, super, ist wieder zu. Warum? Ah, ist wieder voll. SP ist voll. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu dieser Quelle da hinten? So, ich laufe jetzt einfach mal hier so über die Map. Ich hoffe, dass ich kein... Ah, ich habe den Südbaum hier oben. Ich hoffe, dass ich jetzt hier keinen Fehler mache. So, hier rein. Da hinten wieder raus. Und jetzt irgendwo hier hinten. Ach, da oben. So, da ist es wieder so, gibt es später die große Fee. Kämpf dich durch den Mann, zu öffnen, das Tor. Ran, take this. Der Vorstopp ist wirklich geil. Der macht ja noch mehr Spaß als das Schwert. So, besiegt den Gipfel in der Nähe der Quelle der Göttin. Der ist aber auch schon tot. So. Oh, große Fee, hilf uns in deine Strecke. Flear und öffne dieses Tor. So, dankeschön. Die Quelle der Göttin ist offen. Da ist ein Huhn. Da ist ein Huhn. Was macht das denn da? Das greife ich mir lieber nicht an. So, große Fee, hilf uns. Deine So, die Macht des Magiekreises hat den Geco-Bomb gelöscht. Geil. Mission erfolgreich. Tja. Oh, das Feuerlicht. Treffen wir mit allem an, was wir haben. Tja, die große Vieh sind cool und irgendwie auch ziemlich sexy, oder? So, dem radiolianischen Truppen steckt durch die Rettung des Geco-Bombs. Was zur Hölle kann ich denn hier mit dem Blum machen? So, zauberhaft. Vielen Dank, große Vieh. Ey, ich habe doch auch mitgeholfen. Das ist mit mir. Mein Plan war zu gut, um Fehl zu schlagen. Ja, aber er hat Fehl geschlagen. Smotel, du hast es einfach nicht drauf. Der West muss kurz davor zu fallen. Ach, nö. Das müssen wir verhindern. Der Brückenkontrollpunkt, der Nordplatz ist jetzt off. Okay. Er war, der die Geco-Bomb-Brand gesetzt hat. Das werden ihn niemals vergeben. Ja, er müsste wissen, wo die Prinzessin ist. Ich werde dafür sorgen, dass er es mir sagt. Das ist jetzt auf die Fresse. Aber das gibt es ja sowieso so. Oh, die Siege für Oma, schon wieder. Ah, der ist jetzt irgendwo da hinten. Aber erst mal. Fire in the hole. Und Stufe erhöht. Yay. Sehr schön. 63 Hose bei einem Schlag. Das ist doch geil. So, Vorkosten hat man. Ist hier. So, Magic. Das ist so geil. Er regnet jetzt einfach mal mit Juryten. So. Du stirbst auch mal. Super. Also der Vorstand, der macht eindeutig mehr Spaß, als das Schwert. Finde ich persönlich. So, Festungskommandant. Jetzt gleich mal verrecken. Hinter irgendwelchen Ecken. So. Die Böse auch besiegt. Und jetzt gleich noch den Festungskommandant. Den fiesen Fettsack. So, stirbt. Und Link hat den Ortplatz erobert. Yeah. Da gibt es sogar noch eine Belohnung für mich. Schön. So, Material. Was bekomme ich? Ach, einfach wieder einen Haufen Rubine. Dankeschön. So. Magic ist auch wieder voll. Super. So, Pirouma. Jetzt bist du dran davor. Na, ist er ja schon. Du Sau. Wie kannst du nicht die Gowna anziehen? Warum hat sie zurückgezogen? Was? Fägling. Mir rechts. Halt doch mal von Jan übernä. Was? Gowna? Ah, der Zauber ist die Flohn. Na, ist uns entwischt. Ich glaube, das war vorherbestimmt. Schade. Vielfüßiger Monster-Zu-Klub-Gowna. So, Gowna wurde von Schlachtfeld gesichtet. Ach du, heiliger Bimbang. So. Natürlich logischerweise ins Auge schießen. Aber, verdammt. Das funktioniert ja gar nicht mal. Aber dann muss man es erst mal so angreifen, bis der Schwachbund offenbar ist. Die Siegbedingungen haben sich geändert. So, bis Sieg die Gowna. Die Brügel ihn ins Koma. So. Tu etwas. Das Monster sieht zwar mächtig aus, aber du darfst den Mut nicht verlieren. Es gab so, was ich gerade versuche. Ich will ihm eine Renn hauen mit dem Bogen rum. Warum treffe ich die denn nicht? Wie klappt das gerade nicht? So. Gowna ist in den Dekobomb geschwungen. Na klar. Einfach mal so. Wie ist es das? Den Gowna greift den Dekobomb an. Das ist Drecksvieh. Ah, bei allen können deine Monsters sind in den Dekobomb an. Geht rum. Was du nicht sagst. So. Ich komme ja schon. Oh, Geheu. Wir brauchen Hilfe. So. Die Morale hülle ich wie anisch in Truppen singt. Ihr Spacken. Was macht ihr denn? Jedes Monster hat seine Schwachstelle. Man muss sie nur finden. Ich dachte eigentlich, dass ich sie gefunden hätte. Aber irgendwie. Klappt es ja nicht mit dem Bogen. So. Vielleicht solltest du das Risiko auch nicht in den Sinn nehmen. Ein Teil würde es sicher nicht tun. Dann versuche ich doch. Hier. Rätige Schwachstelle von Gowna. Der schützt sich doch immer gleich. Hier. Missgeburt. Warum klappt das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich schieße doch schon. Ach, dann nimm doch einfach hier mal so einen Feuerspecialangriff in die Kau auf. Nee, das funktioniert irgendwie nicht. Was mache ich falsch? Ah, jetzt! Ah, okay. Das Auge muss erst mal leuchten. So, komm her. Nicht viel. Nicht viel. So, das hat gesessen. Okay, also man muss warten, bis Gowna scheinbar einen Angriff macht. Und dann, wenn das Auge leuchtet, dann hineinballern. Yeah. So, gleich nochmal. Oh, das hat sicher wehgetan. So, kurz warten. Wow, fies. Na los, greif an. Trau dich. So, he's firing his laser. Der Däger braucht mich nicht kurz davor zu heulen. Eine Hilfe wird benötigt, ja. Ach, ich weiß. Oh nein, wir verliehen unser Hauptquartier. Nein, das werden wir nicht. Ganz sicher nicht. Jetzt stirb doch mal. So, warten, warten. So, Vorsicht. Wow. Los, komm, mach deinen Laser. Boah, Hilfe. Vorsicht. Und jetzt. Stirb, du Missgeburt. Nein, immer noch nicht. Verdammt. Verdammt, verdammt. Ist aber kurz vor verrecken, das Vieh. Wir haben es gleich geschafft. Boah, Tor, Tor, Tor. So, aber jetzt. Goma, das ist ein Ende. Mission erfolgreich. So, das war's endgültig für Goma. Goma wurde besiegt. Und ich hab ne Waffe bekommen. Ausgezeichnet, Sauber. Ich hab das dieses Monster besiegt. Ja, ich glaub, das war's. Wir haben's geschafft. Ihr habt hartweg gekämpft. Ich hatte gehofft, Prinzessin Selle hier zu finden, aber diese Hoffnung war vergebens. Wo ist sie nur? Mögen die Göttinnen sie beschützen. Oh. For generations, Hyruleans have told a tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is, until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness whirmed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the Gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Die Zauberin der Bälle ist abgeschlossen. Richtig geil. Oh, der hat schon über 28.000 Rubine, das ist so cool. So, Materialien, neunmal eine Gyptobandage. Und 13 Metallplatten. Und natürlich wieder ein Bildfragment. So, ab sofort kannst du auch als Lana spielen. So, Waffe erhalten Zauberbuch des Geistes. Das magische Buch errichtet Wände zwischen den Dimensionen. Mit dem starken Angriff springst du nach vorn. Springst du in eine magische Wand, kannst einen besonderen Angriff ausführen. So, du kannst nur die Waffenkammer verwenden. Du kannst Waffen kombinieren, um ihre Fähigkeiten übertragen. Drücke bloß um in den Bazar zu gehen. Ja, Leute. Als nächstes findet dann eine Schlachtschammer in der Ranell-Schlucht statt. Und empfohlenes Element ist Elektrizität. Aha. Na gut, Leute. Wir werden uns aber erst im nächsten Part wieder kurz in den Bazar begeben, um Waffen zu fusionieren. Oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall, das Spiel wird echt immer geiler. Also, mein gut, die Story steht hier, glaube ich, jetzt nicht so sehr im Vordergrund. Aber ich finde, die ist trotzdem geil inszeniert und alles. Mal sehen, was da sonst noch so auf uns zukommt. Das Spiel hat ja mehr oder weniger erst angefangen. Also, danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Hyrule Warriors. Macht's gut, Leute. Ciao.